hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play wie du bist an liegt mit dem christian und dem handbag was machst du jetzt krass ich tue jetzt spawner suchen weil ich im fall bock drauf habe aber ich bleibe in den normalen aber wohl lieber mal normale ja ich hole keine spinnen okay wenn du keine lust hast in der normalen welt zu suchen dann übernehme ich das ja okay überhaupt keine spinnen wir haben zu viele spinnen junge so viel seite können wir gar nicht verarbeiten ich glaube wir könnten dann so eine tanga fabrik aufmachen habe ich weg gemacht haben wir nicht mehr also was heißt wir haben nichts mehr was ganz praktisch wäre ist wenn ihr mir mal so ein hammer wenn ich wüsste wo der hammer ist genau das ist dein alter alter hammer ja da müsste im in der diamantenkiste schaufel kein hammer nee nee das schaufel des erdschürfers ach nee den hammer hab ich schon verloren okay weil ich gestorben bin du hast ihn wiedergefunden und wir hast dann wieder vergonnen nee der hat nie gefunden das war nur die schaufel die er gefunden hat und hab gedacht das war der hammer deswegen man wie viel brauchen wir jetzt nochmal um dass der sich den hammer gießen kann ähm oh geisterwölfe läuft bei dir rechne einfach mal zusammen äh 3x8 und nochmal 3 27 nimm 27 nimm 27 eisen und tust in die schmelze nicht eisen sondern ähm hier nimm 27 eisen und tust in die schmelze wenn da nichts drin ist nimm 27 stahl und tust in die schmelze wenn da nix drin ist das lohnt sich nicht ich hab auch stahl du kannst generell obsedien äh fahren weil wir eh keine obsedien haben das lohnt sich halt eigentlich nicht ich hab obsedien ich bin vollkommen zufrieden mit deinem ich hab ja aber für was wenn wir doch eh stahl haben ja ok ja kommt doch an was stärker ist es macht keinen unterschied im prinzip eigentlich nicht übrigens mit dem äh stahlhammer kannst du auch äh in der hölle dieses spezielle erz abbauen aber es lohnt sich eigentlich nicht da äh du dann so viel abbaust ja naja wie das so ein bisschen hack wird ähm das ist äh wenn du obsedien das ist obsedien und stahl ist genau gleich stark nö das ist das das weiß ich nicht aber es macht keinen großen unterschied es macht keinen großen unterschied also ich hab wieder einen spawner gefunden ich bin cool das ist ein robin hood spawner ich bin jetzt spawner 27 stahl barmama nö es ist leer ne ha nö es ist leer wie ich schon fertig bin mit schreiben und es dauert erstmal habe ich jetzt überhaupt alles richtig geschrieben wie die dings ist äh die ist leer die schmelze scheint so ups wer hat da schon wieder mit der portalgang rumgespielt ja ich hab nur ein spawner geholt im mongo achso 3 fehlen uns noch mal lieber normale spawner nehmen naja was wollen wir mit zombies spawner alter ja nix drauf ich will mal gucken ob ich vielleicht creeper finde ja creeper findest du in der echten welt nicht gut das gibt es nur im toilet forest ne naja deswegen bin ich auch im toilet forest dann komm ich auch im toilet forest dann komm ich auch im toilet forest suchen wir zusammen nach creeper spawner nein mann weg dann wird zu arg bist du lieber in der normalen welt bitte müsste gehen das ist meine hammergussform kleiner test 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 bitte sei doch kein test 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 ja die rechte schlägt auch warum gibt es da holzgussform und goldgussform ähm was dann ändere ich das gleich noch glaube ich du hinter den tabletten nicht genommen ja hat er nicht weißt du was wie man hammer macht nein ich mich ist es überhaupt erstmal flüssig hey wurdest was gefragt oh krall ja ist es ja dann warte mal kurz dann komm ich gleich wahrscheinlich diese gussform nehmen dann einmal einen stab einmal äh das ist eigentlich der eigentliche hammer und das dann zusammen craften ne nicht ganz so halb ist schon richtig auch nicht ganz halb auch nicht ganz äh es gibt eine holzgussform weil du aus hol also du machst die holzform und ähm aus denen machst du dann das ding in stein und wenn du die dann hier in dieses ding legst kannst du dann so metallene machen und dann kannst du dann auch gescheite gießen ja also die guten form brauchst du zum gießen die anderen sind für ähm für für steinmaterial gedacht alter wie viel zombies da kommen alter den creeper check ich nicht was macht er da sein so jetzt ist das wieder weg der creeper ist quasi die außenseite der hammer kann man sagen also das ist ja kling mal auf hammer oben ganz oben links den hammer und guck da siehst du wie du siehst es ja grad ne was ich hier mache oder du hast auf hammer gekriegt du siehst es grad hast du den hammer jetzt bräuchtest du noch äh haben wir genug dings da warte mal warte mal unten ähm wie heißt das andere nochmal ähm mossi haben wir noch mossi ne doch äh doch doch müssen wir noch ein bisschen haben ähm nicht genug ne kannst du mal kurz durchs ender portal gehen und noch zwei mossi stone holen ein trick also ins ende in das in die in den end dungeon gehen und zwei mossi stone holen chris kommt mit einem spawner an hm ich hab den in der wand rumbacken gesehen ja ich hab mich auch hier in der tür rumgepackt weil ich da nicht den durchstecken konnte ja mach doch mal wo ist der hammer hallo du sollst zwei mossi stone holen hendrick wo gehst du denn hin wo stein holen hä wo stein holen ja hier unten äh ne stimmt nicht hier unten stimmt ok stimmt 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 da oben sind ja die portale ich hab gedacht die werden da unten ich hab gedacht die wären da unten ich hab mal zwei stück drei zwei moss stone waa was ist das denn waa da ist so ein twilight-licht so so ein so ein boss oder so toll krieg next nix alter das ist ja voll OP die Schmacht im Kalsschaden ja in G die kleinen Leben die Wichser ja dann verpiss dich doch du Mongo nein mann will noch nicht gehen lass mich noch ein bisschen tanzen du hast doch schon mehr als zwei Moss-Stone ich brauch doch nur zwei Blöcke Moss-Stone ich hab doch keinen einzigen Moss-Stone oh jetzt zum Beispiel abspürzt ja die sind die dinge Moss-Brick-Stone aber keine Moss-Stone das ist Moss-Stone ja mann alter ohne Müll der Händler ist so ein Depp es ist egal was für ein Moss-Stone Moss-Brick-Stone Moss-Moss einfach mit Moss-Stone ich hättste sagen müssen dass das egal ist ich hab gedacht du brauchst den Kobbel nee den gibts hier doch gar nicht na sonst hättest du dich schon nicht ins Ende geschickt alter manchmal hintricken da denk ich mir immer so what the fuck komm warum hab ich auf einmal drei ist doch wurscht alter warum bin ich jetzt ja was ist los Kai Stein gebackt äh keine ahnung das passiert ab und zu mal wenn du durch Dimensionen gehst oder so ja aber ich komm nicht mehr raus nein dann alter ich fall aus der Welt bitte bitte gib mal den TP-Befehl ein ja ich bin grad nicht auf dem Server du musst dich auf den Hendrik verlassen Hendrik alles diskonnect du doch schnell bin ich schon so gib mal ein ähm hast du OP-Rechte Hendrik? ja wenn nicht ich bin jetzt auch wieder da aber ich bin nicht in der richtigen Welt geh mal bitte in die richtige Welt ja man bist du? wenn ich nicht tot bin mein Spiegel edet grad man Junge oh jetzt muss ich alter alter diese Wichsköppe da ey bist du? dich besiege ich von der Junge mach doch mal langsam jetzt geh ich erst mal in Dings jetzt muss ich das erst mal eintippen Junge alles mit der Uhr ja du bist schon in der normalen Welt mein ich ja man TP Kylian und 9 Big Mac 90 90 TP Slash TP der Zeichen nee Kylian und 9 Slash TP Leerzeichen Kylian und 9 Leerzeichen Big Mac 90 JA JUNGE ich hab's hast du? ja ich connecte jetzt auf TP ach ich schon aber du bist immer noch nicht da jetzt bist du da jetzt lädts bei mir ich re-correcte nochmal kurz ah jetzt ich re-re-re danke ich hab noch zwei Herzen wie bist du denn rausgefallen überhaupt? ist voll komisch keine Ahnung durch diese äh Portale da durch die Dings Portale bin ich irgendwie durch die Welt gebackt durch schwäche Portale durch Portilgun Portale ist mir noch nie passiert bei der Zwischenwelt es gibt keine Zwischenwelt A der Wies hä wie soll man den besiegen? ich versteh so jetzt ähm hier 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 wo bist du Henrik komm mal Henrik komm mal deine Gun weg dann guck mal hier rein ach hast du schon ja guck dann kommt dieses Blue Ball Mosse jetzt komm mal mit runter der macht der fickt mich grad richtig der Wichse warte guck wir legen jetzt hier ne warte wir machen erst so hier dieses Mosse rein ne so dann siehst du ja äh Auto Repair ne Henrik jetzt leg noch mal rein Henrik ah ja hab ich das schon guck dann macht man hier jetzt steht da Mosse 2 Auto Repair 2 und jetzt warte noch nicht noch nicht noch nicht und zwar jetzt dann hast du das Geschwindigkeit passt ah ok jetzt nehmen wir legen links wieder rein das musst du viermal machen bis das äh Repair voll ist so jetzt jetzt hast du mit jetzt hast du mit Schnelligkeit äh und mit äh Auto Repair genau Hatchel Grundschwein das ist jetzt alles ja meine Güte habe ich jetzt dafür viel Zeit verblendert ja ich bin einfach das Gummelt bin ich jetzt hier wieder bin ich hier an einem geheimen Ort Leider ist auch die Folge wieder rum dann würde ich sagen äh bewerten wird dann nicht vergessen und tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss